Musik Ja, herzlich willkommen heute zu unserem Cloud Computing Forum hier in München. Wir wollen heute das zentrale Thema Cloud Computing aufgreifen und ganz klar definieren, wie der Mythos in die Realität übertragen wird. Musik Wir haben das ganze Thema immer mehr Services anzubieten, auch Infrastrukturservices anzubieten. Also hier ergibt sich eine ganze Reihe von konkreten Dingen und um aus dem Thema Cloud Computing mehr als ein Schlagwort zu machen, das ist das Ziel heute. Musik 2,300 environments every day. We have to commission it. Because of the wide field technologies, our solar technologies as Fundament, you must laut die Flaschmutter. Hier ist es. Hier ist es. Klar, über die Flaschmutter. Die Flaschmutter. Das ist die Flaschmutter. Ja, ein toller Event heute hier in München. 260 Teilnehmer haben sich den ganzen Tag mit dem Thema Cloud Computing beschäftigt. Private Clouds, Public Clouds, all die Themen sind heute diskutiert worden. Wir haben Live-Beispiele hier angebracht. Wir haben sehr tolles Feedback von den Teilnehmern gehabt. Ein rundum gelungener Event. Ich bin wirklich sehr zufrieden.